Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny und auf diesem Kanal findest du authentische Erfahrungsberichte und tiefgründiges Hintergrundwissen zu Peer-to-Peer-Krediten. Einer der am häufigsten genannten Vorbehalte von Privatanlegern gegenüber Peer-to-Peer-Investments ist ja sehr häufig, dass die meisten Anbieter aus diesem Segment noch keine Rezession bzw. keine größere Wirtschaftskrise mitgemacht bzw. durchlebt hätten. Und dieser Punkt, der ist vollkommen berechtigt, denn mehr als 95% der uns heute bekannten Peer-to-Peer-Plattformen, die haben sich eben erst in einer Zeit während oder nach der letzten Finanzkrise 2008 gegründet. Aber nur weil die meisten Peer-to-Peer-Plattformen noch keine größere Rezession mitgemacht haben, bedeutet das ja im Umkehrschluss nicht auch, dass sich diese nicht präventiv und proaktiv auf ein solches Szenario und auf eine solche konjunkturelle Phase der Rezession vorbereiten. Und genau darum soll es in dem heutigen Video gehen. Und zwar möchte ich vier Stresstests vorstellen, die in der Vergangenheit von Peer-to-Peer-Plattformen durchgeführt und auch veröffentlicht worden sind. Dazu gehört die litauische Peer-to-Peer-Plattform Neo Finance, die estnische Immobilienplattform Estate Guru sowie die beiden UK-Anbieter Funding Circle und Land Bay. Und zu welchen Ergebnissen diese Plattformen mit ihren Stresstests gekommen sind, ob es hier ein übergeordnetes Muster gibt und wie ich diese Ergebnisse auch persönlich bewerte. Darum geht es in dem heutigen Video. Viel Spaß! Ganz am Anfang möchte ich allerdings noch die Frage klären, was ist überhaupt ein Stresstest und was bedeutet er auch? Also ein Stresstest ist ein Instrument des Risikomanagements in der Finanzwirtschaft, der anhand von makroökonomischen Variablen Schwankungen in der Konjunktur simulieren soll. Und ganz interessant, seit der letzten Finanzkrise 2008 ist dieses Instrument, dieser Stresstest bei Kreditinstituten, Fonds- und Versicherungsgesellschaften teilweise sogar gesetzlich vorgeschrieben, weil der Gesetzgeber eben diese Institutionen und Gesellschaften als einen wichtigen Bestandteil für eine funktionierende Volkswirtschaft ansieht. Deshalb soll die Stresstest-Simulation zeigen, wie sich im Rahmen einer Wirtschaftskrise die Ertrags- und Eigenkapitalsituation eines Finanzdienstleisters verändert und ob es hier gegebenenfalls zu einer Unternehmenskrise kommen kann. Fangen wir an mit der ersten von vier Peer-to-Peer-Plattformen, die sich selbst einem Stresstest unterzogen haben und wir beginnen mit dem litauischen Anbieter NeoFinance. NeoFinance hat sich dem Stresstest im März 2019 unterzogen mit dem primären Ziel, die Auswirkungen einer Rezession auf den Cashflow und die Profitabilität zu simulieren. Dabei hat das Unternehmen folgende Annahmen vorausgesetzt. Die Rezession soll im April 2019 beginnen. Die offene Provisionsgebühr beträgt 3,2 Millionen Euro. Hier ganz kurz zur Erklärung von meiner Seite. NeoFinance operiert ja als ein klassischer Peer-to-Peer-Anbieter bei der Kreditvermittlung und der Ansatz hier ist entgegen zu Bondora, Estate Guru oder Augs Money, dass man eben nicht zu Beginn der Ausstellung des Darlehens eine Provisionsgebühr von dem Kreditnehmer berechnet, sondern diese erst anteilig mit der Rückzahlung des Darlehens fällig wird. Das heißt, die Provisionsgebühr erstreckt sich quasi über den kompletten Kreditlaufzeitraum des Kreditnehmers und entsprechend ist dieser Cashflow erst in der Zukunft fällig. Kleine Anmerkung hier von meiner Seite, die bei NeoFinance nicht weiter ausgeführt worden ist. Natürlich, wenn es zu steigenden Kreditausfällen kommt, dann sind auch diese offenen Provisionsgebühren noch deutlich weiter nach hinten geschoben, beziehungsweise minimiert sich diese offene Provisionsgebühr dann auch um einen Betrag X. Das heißt, diese 3,2 Millionen Euro sind der Idealfall, sofern alle Kreditnehmer solvent sind und auch in der Zukunft ihre Darlehen ordnungsgemäß tilgen. Das also als kleine Anmerkung von meiner Seite. Zu den weiteren Faktoren, die könnt ihr hier auch transparent sehen, das Kreditvolumen soll in der Folge um bis zu 40% sinken, genauso wie sich die Anzahl der insolventen Kreditnehmer verdoppeln soll. Der Provision Fund, das ist eine Art des Schutzmechanismus, den NeoFinance integriert hat. Hier können Investoren für eine individuelle Gebühr, die im Vorfeld bezahlt werden muss, sich eben gegen Kreditausfälle schützen. Das bedeutet, dass NeoFinance hier in einer Art Rückkaufgarantie die Kredite in einem gewissen Stadium zurückkauft und dann eben die offenen Beiträge für den Investor ersetzt. Und der letzte Punkt, das ist die Optimierung und die schrittweise Senkung der Betriebskosten. Dazu zählt unter anderem die Reduzierung von IT-Ausgaben als auch die Entlassung einiger Mitarbeiter. Und basierend auf diesen Annahmen hat NeoFinance nun eine Prognose für die nächsten zwei Jahre erstellt. Du siehst es oben auf der horizontalen Ebene hast du den Zeitverlauf jeweils in Quartalsschritten und auf der linken Seite, auf der vertikalen, dort findest du dann Zahlen oben zum Beispiel in blau hinterlegt. Die Anzahl des Kreditvolumens, wie sich das entwickelt, das soll ja bis auf 40% reduziert werden und entsprechend sieht man, dass in Q4 2019 dann das vermittelte Kreditvolumen nur noch bei 2,7 Millionen Euro im Quartal liegt. Das heißt, es wären dann 900.000 Euro pro Monat. Weitere Indikatoren sind Umsatz, Cost of Sales. Das sind die Marketingkosten, die für die Kreditnehmerakquise entstehen. Hier ganz interessant. Ich habe erst vor kurzem in der Financial Times gelesen, dass bei Landing Club, dem größten Peer-to-Peer-Marktplatz der Welt, dass die Marketingkosten für die Kreditnehmerakquise dort bei circa 40% liegen. Als Vergleichsmaßstab auch nicht so viel weniger. 35% sind es bei dem britischen Unternehmen Funding Circle. Sehr aufschlussreich und auch hier natürlich durch den Rückgang des Kreditvolumens sinken natürlich auch die Kosten für die Akquise der Kreditnehmer. Dann haben wir die operativen Kosten. Da zählen dann zum Beispiel die Posten für die Mitarbeiter hinzu oder auch die IT-Ausgaben, die reduziert werden sollen. Wir haben Investment Activity. Das ist der Betrag, den Neo Finance selbst von seiner eigenen Bilanz in das eigene Kreditportfolio investiert. Auch hier habe ich eine aktuelle Zahl aus Litauen mitgebracht und zwar sind es momentan 11% des aktiven Kreditportfolios, die Neo Finance selbst finanziert. Dann haben wir den Provision Fund, den ich ja schon kurz angesprochen hatte und ganz unten dann die Receivable Brokerage Fee. Das ist dann quasi die aufaddierte Provisionsgebühr, die sich dann über den Zeitraum hinweg akkumuliert und dazwischen noch der Total Cashflow. Das war ja eines der wichtigsten Elemente, die Neo Finance herausfinden wollte, wie sich der Cashflow dann in der Phase einer Rezession entwickelt. Und genau dort würde ich jetzt auch mit meiner Analyse anfangen. Hier sehen wir einfach in Q1 2019, dort beträgt dieser Cashflow 115.000 Euro und dieser würde dann auf einen Minimumwert von knapp 5000 Euro in Q4 2019 herabfallen. Er würde allerdings nach wie vor positiv bleiben und das ist für mich die wichtigste Erkenntnis. Das heißt, Neo Finance würde auch in dieser bestimmten Simulation einen weiterhin positiven Cashflow beibehalten. Und eine der Voraussetzungen dafür, da müssen wir jetzt auf die operativen Kosten schauen, die müssten nämlich fast halbiert werden von knapp 200.000 Euro auf dann circa 106.000 Euro. Auch die Kapitalkosten für die Kreditnehmerakquise, also Cost of Sales, die werden dann sukzessive sinken, wobei das natürlich bei einem Rückgang von 40% des Kreditvolumens natürlich auch durchaus realistische Zahlen sind. Um die Verdopplung der Kreditausfälle nun aufzufangen, also die Anzahl der insolventen Kreditnehmer, die sich verdoppeln soll, da müsste Neo Finance den gesamten Topf eigentlich des Provision Funds leer machen und aufbrauchen. Man sieht es, dass es bis auf knapp 4000 Euro im dritten Quartal 2020 heruntergehen würde und erst danach sollte es laut Neo Finance dann wieder zu einer doch relativ schnellen Erholung kommen. Meine persönliche Bewertung des Stresstests von Neo Finance ist durchaus positiv. Ich glaube, dass Neo Finance sich hier keine einfachen Zahlen auferlegt hat und dass man versucht hat, sein Unternehmen sehr facettenreich auf Herz und Nieren zu prüfen. Auch, dass man eigentlich indirekt angedeutet hat, dass man, um operative Kosten zu streichen, auch vorübergehend bereit wäre, dafür die Mitarbeiter zu entlassen. Das ist keine populäre Aussage. Ich wette, das sehen auch die Mitarbeiter von Neo Finance so und ich bin mir sicher, das hätte man in dieser Form bei anderen Unternehmen so nicht gelesen, dass es gewisse Mechanismen gibt und dass man für eine positive Fortführungsprognose, dass es da auch zu einem Stellenabbau kommen kann. Ich denke, das ist jedem bewusst, aber dass man es dann auch so offen formuliert hat, war dann doch ein wenig überraschend, hätte man so sicherlich von Mintos in der Form nicht gelesen. Nach meinen persönlichen Eindrücken, und ich war jetzt zweimal mittlerweile in Litauen und habe auch darüber hinaus viele Gespräche mit Mitarbeitern von Neo Finance geführt, glaube ich, spiegelt sich hier in diesem Stresstest ganz gut wider, dass Neo Finance aus meiner Sicht das deutscheste, nicht-deutsche Peer-to-Peer-Unternehmen im Markt ist, einfach deshalb, weil es sehr ordentlich, weil es sehr gewissenhaft agiert. Ich habe das mitbekommen, in sehr vielen Facetten des Business ist Neo Finance einfach sehr gründlich in seiner Arbeit und ich glaube, dass sich das hier auch in diesem Stresstest widerspiegelt. Dann machen wir weiter mit Estate Guru, der estnischen Immobilienplattform. Die Ergebnisse des Stresstests, die hat Estate Guru nicht auf dem Blog oder anderweitig veröffentlicht, sondern die Ergebnisse wurden nur vereinzelten Publishern zugespielt, wozu auch ich gehört habe und deswegen kann ich euch hier die Ergebnisse präsentieren. Ich glaube, die Analyse ist aber auch schon ungefähr ein halbes Jahr alt. Ich glaube, es war irgendwann im Sommer 2019. Die Simulation, die hat Estate Guru in erster Linie durchgeführt, um die Wert- und Cashflow-Entwicklung der aktuell zu dem Zeitpunkt ca. 400 laufenden Kredite aufzuzeigen und wie sich sowohl der Immobilienwert bzw. die Kreditsicherheit als auch die Nettorendite der Anleger entwickelt bei zunehmend ausfallenden Krediten. Die Kalkulation, die beinhaltet dabei unter anderem Daten zu dem Kreditbetrag, dem Finanzierungsdatum, der Kreditlaufzeit, der Rückzahlungsart, dem Zinssatz und dem Immobilienwert. Anschließend hat Estate Guru dann auf Basis dieser Daten für jedes einzelne Investment eine Cashflow-Prognose erstellt und berechnet und diese Entwicklung der einzelnen Cashflows, die wurden dann zusammengeführt, die wurden zusammen aufaddiert, wobei sich dadurch dann eine Nettorendite für die Gesamtperformance berechnen lässt. Und um diese Auswirkung von Forderungsausfällen auf die Wertentwicklung des Portfolios zu berechnen, hat Estate Guru dann das Modell auch noch durch Angaben für Ausfallraten und Immobilienwertschwankungen ergänzt. Und je nach den von Estate Guru dann vorgegebenen Ausfallquoten gab es einen Generator, der zufällige Kredite aus dem Portfolio ausgewählt hat und der dann den Cashflow dieser Kredite auf Grundlage von Vertragsstrafen und Rückforderungen von Ausfällen berechnet hat. Und diese Daten, also die Berechnungen von den Rückgewinnungen inklusive der Vertragsstrafen, die basieren ja sehr stark auf dem Wert der Immobilie und dessen Sicherheit. Hier auch ganz wichtig diese Variable, die die meisten hoffentlich schon kennen, Loan-to-Value. Loan-to-Value nochmal ganz kurz erklärt für diejenigen, die es jetzt vielleicht nicht auf dem Schirm haben, weil es einfach auch ganz wichtig ist für die Betrachtung dann der Ergebnisse. Also gehen wir davon aus, dass eine Immobilie mit einer Million Euro bewertet wird und wenn Estate Guru nun ein Loan-to-Value von 60% ansetzt, dann bedeutet das, dass diese Immobilie mit einem Wert von 600.000 Euro von Estate Guru finanziert bzw. beziehungsweise beliehen wird. Das bedeutet wiederum, dass wenn es zu Wertschwankungen kommt oder wenn die Immobilie nicht entsprechend zurückgezahlt werden kann, das Darlehen nicht bedient werden kann, dass dann eben eine entsprechende Sicherheit basierend auf dem Wert der Immobilie vorhanden ist. Die kann dann wiederum liquidiert werden und Investoren können dann in letzter Konsequenz auch mit ihrem Kapital zurückbezahlt werden. Und das positive Ergebnis, zu das Estate Guru dann bei seinem Stresstest gekommen ist, das basiert eben sehr stark auf dem Loan-to-Value, weil man gesagt hat, dass die Finanzierung von Krediten eben auf Basis des Beleihungswertes der Immobilie geschieht, also dem Loan-to-Value und dass dieser Wert nie bei über 75% liegt. Durchschnittlich liegt der Beleihungswert bei Estate Guru bei ca. 60%. Das bedeutet also, dass Kreditausfälle komplett durch den Verkauf von Sicherheiten aufgefangen werden können und gleichzeitig noch eine positive Rendite für Investoren bestehen bleibt. Bei der Bewertung des Stresstests von Estate Guru muss ich sagen, dass ich auch hier zu einem weitestgehend positiven Urteil komme. Ich glaube, dass die Methodik von Estate Guru sehr gut und sehr nachvollziehbar erklärt worden ist. Mein Kritikpunkt ist, ich bin natürlich jemand, der nur sehr geringfügig bei Estate Guru investiert ist. Ich glaube, es sind aktuell acht oder neun Immobilienprojekte und natürlich wird in dieser Kalkulation aber das gesamte Kreditportfolio berücksichtigt. Und da ich aber nicht in 400 Kreditprojekte investiert bin, ist natürlich auch die Frage, inwieweit mein Grad der Diversifikation denn auch hier ein Element ist, was denn auch entsprechend bei den Renditeangaben schwankt. Denn wenn ich in diesem Raster bin, wo Kredite von Estate Guru ausfallen und diese auch überproportional stark an Wert verlieren und auch über diese 60, 65% Loan to Value hinaus, dann bin ich eben möglicherweise auch sehr schnell in dieser Gefahrenzone, die hier in diesem unteren rechten Teil der Grafik in rot dargestellt ist, wo es dann eben auch eine negative Rendite geben kann. Und deswegen hätte ich mir als Korrelation noch gewünscht, wie stark muss man eigentlich auch mit den Kreditprojekten diversifiziert sein, weil es natürlich dort auch deutlich stärkere Schwankungen jetzt für mich persönlich gibt, da ich nicht bei 400 Kreditprojekten investiert bin. Und ein weiterer kleiner Haken, den ich auch noch habe, es ist nur dieser Screenshot, den ich von Estate Guru bekommen habe. Ich glaube, eine Excel-Tabelle hätte mir da noch ein bisschen eine bessere Einsicht ermöglicht, weshalb ich sagen muss, dass mir so die allerletzte Überzeugung auch von diesem Stresstest fehlt und von den ganzen Parametern. Nichtsdestotrotz ist es erstmal positiv zu würdigen, dass Estate Guru so eine Form des Stresstests durchgeführt hat. Allerdings hätte ich mir im Hinblick auf Transparenz und Diversifikation dann noch das ein oder andere dazu gewünscht. Kommen wir jetzt zum dritten Stresstest und dieser wurde durchgeführt vom britischen Unternehmen Funding Circle. Ganz kurz ein bisschen Kontext zu Funding Circle, da es vielleicht eher weniger Investoren etwas sagen wird. Funding Circle ist ein relativ etabliertes Unternehmen aus Großbritannien, das Ende 2015 zum Beispiel den deutschen Anbieter Zencap aufgekauft hat. Zencap ist ein Unternehmen, das von Rocket Internet aufgebaut worden ist und Funding Circle hat eben dieses Unternehmen übernommen, aufgekauft, weil man einen besseren Zugang zum deutschen KMU-Markt bekommen wollte. Denn Funding Circle ist ein Unternehmen, was sich nicht auf Verbraucherkredite konzentriert, sondern auf Firmenkredite und hier ganz speziell aus dem kleinen und mittelständischen Unternehmerbereich. Und als Grundlage für diesen Stresstest hat Funding Circle dann sein deutsches Kreditportfolio analysiert und das Ganze dann auf Grundlage des von der europäischen Bankenaufsichtsbehörde entwickelten Szenarios durchgeführt. Aus meiner Sicht hat Funding Circle hier eine sehr interessante Methodik angewandt. Ganz kurz umrissen, man hat zunächst die Entwicklungsdaten der deutschen Wirtschaft mit den eigenen KMU-Leistungsdaten verglichen und in Beziehungen gesetzt, um dann auch eine verlässliche konjunkturelle Prognose zu ermöglichen. Drei Aspekte wurden dabei abgeglichen, zum einen die regionale Verteilung der Unternehmen, dann die Branchendiversifikation und als drittes die Unternehmensgröße. Und Funding Circle kam jetzt zu dem Ergebnis, dass die deutsche Unternehmenslandschaft in Bezug auf die ersten beiden Faktoren durchaus repräsentativ im Funding Circle Portfolio abgebildet wird. Und darüber hinaus jetzt bezüglich der Unternehmensgröße hat man gesehen, dass deutsche KMUs zumindest laut einer Studie der KfW sogar noch ein bisschen stressresistenter im Vergleich zu anderen Unternehmensgrößen aus Resteuropa sind. Und auf Basis der historischen Daten der deutschen Wirtschaft wurde dann anschließend ein makroökonomisches Modell entwickelt, in dem die Auswirkungen einer Rezession auf einzelne Variablen getestet wurde. Und dazu gehörte zum Beispiel, dass die Arbeitslosenquote um 50% anstieg oder auch, dass es ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 2% in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren gab. Ganz spannend fand ich in der Methodik, dass Risikoanalysten dann anschließend eine Insolvenzrate errechnet haben und diese lag 30 bis 35% höher als im vergangenen Zeitraum ohne Rezession. Bei den Ergebnissen hat Funding Circle herausgestellt, dass die Anleger in Deutschland zwar eine reduzierte, jedoch immer noch eine positive Netto-Rendite zwischen 3 bis 5% erzielen können, vorausgesetzt, dass das Kreditportfolio auch ausreichend diversifiziert ist. Im Vergleich, die aktuelle Rendite, die wird bei Funding Circle zwischen 5 bis 7% angegeben. Bei meiner persönlichen Bewertung muss ich sagen, dass der Stresstest von Funding Circle sehr detaillierte Einblicke in die Methodik liefert, aber auch in den Ablauf und die angewandten Parameter. Und ich denke mal, dass es in dieser ausführlichen Form durchaus Vertrauen für deutsche Anleger schaffen sollte, wobei man natürlich auch hier niemals zu blauäugig an den von Unternehmen kreierten Statistiken und Simulationen hängen sollte. Und zu guter Letzt kommen wir zu Landbay, sicherlich die Plattform, die den wenigsten Anlegern etwas sagen wird. Auch ich war bis zu diesem Zeitpunkt ehrlich gesagt nicht im Bilde darüber, dass es diese Plattform in Großbritannien gibt, ist aber natürlich auch verzeihbar, denn es ist ein sehr, sehr großer Markt, den es dort auf der Insel gibt. Deswegen möchte ich die Auswertung auch unter der Berücksichtigung, dass deutsche Investoren hier nicht investieren können, auch relativ kurz halten. Landbay ist ein Unternehmen, das 2014 gegründet worden ist und es ist ein spezialisierter Kreditmarktplatz für Kaufhypotheken von Wohnimmobilien. Der englische Termini dafür ist buy to let und ich kann sagen, in den fünf Jahren, die es das Unternehmen gibt, konnte ein Kreditvolumen von über 360 Millionen Pfund bei über 1500 Hypotheken vermittelt werden. Bei der Methodik kann man sagen, dass Landbay hierbei auf ein US-amerikanisches Data und Analytics Unternehmen zurückgegriffen hat und dieses dann beauftragt hat, diesen Stresstest durchzuführen. Hier wurden dann makroökonomische Szenarien der Bank of England herangezogen, um zu prognostizieren, was ein wirtschaftlicher Abschwung für das Kreditportfolio bedeuten würde. Die Annahmen, die für diesen Stresstest angewandt wurden, die könnt ihr euch hier nochmal kompakt durchlesen. Unter anderem wurde ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 5% prognostiziert, sowie ein Anstieg der Arbeitslosigkeit auf 9,5%. Schauen wir noch auf das Ergebnis, zu dem Landbay mit seinem Stresstest gekommen ist. Unter der Berücksichtigung der verschiedenen Annahmen sollten Investoren immerhin noch mit einer Rendite von 3% rechnen können. Für mich war das vor allen Dingen deshalb etwas amüsant, weil ich mal ein bisschen nachgeschaut habe und allgemein auch das Renditeniveau nur bei ca. 3,5% liegt. Das heißt also effektiv würde eine Krise kaum nennenswerte Auswirkungen für Investoren von Landbay haben. Leider gab es darüber hinaus keine wirklichen Ausführungen zu den Ergebnissen, was ich sehr schade fand, denn wenn man alle vier Stresstests insgesamt betrachtet, war der von Landbay auf jeden Fall der schmalspurigste, was Methodik, aber auch die Ergebnisse angeht. Leider sehr, sehr wenig Mehrwert. Man hat am Ende noch geschrieben, dass man diesen Test jährlich erneuern möchte. Das wäre glaube ich zumindest für Landbay Investoren ein hoffnungsvolles Zeichen, dass es in Zukunft dann vielleicht auch etwas ausführlichere Informationen zu diesem Stresstest geben wird. Zum Abschluss soll es ganz kurz noch mein eigenes Fazit zu den hier vorgestellten Stresstests geben und wie ich diesen Stresstest an sich auch bewerten würde. Also ich denke, man sollte sich hier keine Illusionen machen. Natürlich sind die Unternehmen weitestgehend in Kontrolle darüber, welche Parameter sie erstens anwenden und b, welche Informationen sie im Rahmen solch eines Stresstests auch veröffentlichen. Denn es ist ganz klar, wenn es ein negatives Ergebnis sein würde, wir würden davon nicht erfahren. Ich glaube nicht, dass eine Peer-to-Peer-Plattform in die Öffentlichkeit gehen würde und sagt, schaut mal her, wir haben festgestellt, wenn es zu einer Krise kommt, dann können wir den Laden dicht machen. Ist denke ich mal relativ selbsterklärend, dass man Informationen dieser Art nicht finden würde. Insofern bleibe ich eigentlich meinem Motto treu, was ich damals auch in der Universität gelernt habe, nämlich traue keiner Statistik, die du nicht auch selbst gefälscht hast. Insofern sollte man diese Ausführungen immer auch mit einem gewissen Respekt begegnen, aber eben auch eine gewisse Distanz, eine kritische Distanz waren, wenn es eben um die Auswirkungen dieser vorgestellten Stresstests geht. Nichtsdestotrotz muss man sagen, die Unternehmen, die diesen Stresstest durchgeführt und auch veröffentlicht haben, dass sich diese natürlich auch angreifbar machen. Im Zweifel ist mir das aber ehrlich gesagt lieber als einem Unternehmen, was sich dieser Debatte von vornherein verschließt oder dort gar keine Ergebnisse präsentiert, weil man eben Angst vor der öffentlichen Debatte, vor dem öffentlichen Diskurs hat. Und insofern, selbst wenn man nicht jede Zahl und jede Auswertung für bare Münze nehmen sollte, werte ich es für mich dennoch positiv, dass sich diese Unternehmen proaktiv mit dieser Thematik Peer-to-Peer-Kredite in einer Wirtschaftskrise beschäftigen und welche Konsequenzen eben auch eine Rezession für das eigene Unternehmen bedeutet oder bedeuten kann. Insofern sehe ich das sehr positiv und finde, das sollte auf jeden Fall auch wertgeschätzt werden. Was dieser Stresstest an sich angeht, glaube ich, könnte es auch als Anlass genommen werden, um auch mal bei anderen Peer-to-Peer-Plattformen nachzufragen. Man könnte ja mal bei Mintos oder bei Bondora anklopfen und fragen, hey, beschäftigt ihr euch eigentlich auch mit diesem Thema? Und habt ihr dazu vielleicht auch Auswertungen vorliegen? Ist so etwas geplant? Denn ich denke, diese Weitsicht symbolisiert schon in gewisser Weise, ob die Unternehmen auch vom Kopf sich auf ein solches Szenario einstellen und sich vielleicht auch auf so eine öffentliche Debatte dazu einlassen würden. Also das kann gerne mal als Anlass genommen werden, um bei seiner Lieblingsplattform oder seiner Peer-to-Peer-Plattform des Vertrauens mal nachzufragen, wie man eigentlich auch persönlich mit dem Thema Rezession umgeht. Das soll es gewesen sein mit dem Video für diese Woche. Ich freue mich, dass du dir das komplette Video angeschaut hast. Wenn du es noch nicht gemacht hast, abonniere bitte den Kanal. Hinterlasse mir auch gerne einen Kommentar, wie du dieses Video fandest, welche Analyse dich überzeugt hat, welche nicht und wie du allgemein zu diesem Thema Rezession bei Peer-to-Peer-Krediten stehst. So rum. War ein langes Video. Ich musste relativ viel schneiden, viel aufnehmen. Ihr verzeiht es mir. Ich bin mir sicher. Bis nächste Woche. Macht's gut. Euer Danny. Ciao. Ciao.